Yippie! Juhu! Also das ist mit eines der besten Sachen, was mir hätte immer am Ende passieren können. Unglaublich wertvoll. Das kriegst du einfach nirgends. Das ist unglaublich. Seitdem ich mich dazu entschieden habe, diesen Weg einzuschlagen. Das ist authentisch, es wirkt auch wirklich was. Was ich morgens auch in mir aufstehe. Wisst ihr, wie es Kind angeht, die jetzt vor ihren Hausaufgabenberg stehen, vor ihren Lehrern und ihren Problemen und auf einmal sind die 25. Das Seminar ist sehr gut aufgebaut, strukturiert. Und gucken von da hinten zurück, da. Und auf einmal ist es keine schwarze Wand mehr. Das Beste, was ich überhaupt als Seminar mitgemacht habe. Sondern das Gefühl, hey, das kann ich schaffen. Das ist doch machbar. Es sind Ärzte dabei, es sind Psychologen dabei, es sind Kindergärte, es sind Lehrer dabei. Es ist der geilste Urlaub. Wir kommen ja zu meiner Seminarfamilie, also wenn ich hier reinkomme und ich sehe einfach die Leute lachen. Das ist irgendwie so ein Motivationsschub. Es wird sehr gut erklärt. Wir lernen in kurzer Zeit unglaublich viel. Es ist so die klassische Art von Wissensvermittlung. Wenn mir jetzt einer das Stichwort Marienkäfer sagt, dann weiß ich genau, wie ich auf ein Kind eingehe, um rauszufinden, was ich wissen will. Ich kann einfach mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit meiner Ausbildung, mit meinem Wissen, ich kann dorthin gehen, ich kann das lernen. Und das, was am spannendsten ist, ist ja, dass das so schlamiert. Wenn man irgendwie Theoretiker ist oder Verstandsmensch, möchtest du mal mehr Erklärungen dafür haben? Es gibt schon Methoden, wenn man die vorstellt, dann denke ich, aha. Der kann ja nicht, da muss ich erst mal. Bei mir wirkt das sowieso nicht, weil ich habe echt ein Problem. Bei meiner eigenen Tochter sehe ich dann halt auch, dass es funktioniert. Wenn du es dann selber mal erlebt hast, dann denkst du, oh oh, ja, das wirkt sehr wohl. Es funktioniert absolut und das finde ich toll. Das Resultat war gigantisch. Ist es weg? Ja. Danke für dein Vertrauen. Ich danke. Dankeschön. Juppie, juhu. Ich kenne kaum einen Trainer, der so kompetent die Dinge rüberbringt. Ich finde es unglaublich faszinierend, wie Daniel das macht. Der reißt dann einfach mit. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, der es so authentisch rüberbringt, so viel gelebt hat. Er steckt uns ja total an mit seiner guten Laune. Er erklärt es ziemlich detailgetreu. Den vielen Bewegungen mit seinem ständigen Rollentausch. Ich weiß was, was du noch nicht weißt und wenn du es gleich weißt, dann... Dann könnte er auf die Bühne gehen. Daniel macht es so, dass du wirklich 100% dabei bist. Im Vergleich zu allem anderen, was ich kenne, ist es eben so anders, dass es eben nicht nur anders ist, sondern wieder richtig gut. Ein Mensch, der immer das Wohl des Gegenüber im Auge hat. Er holt jeden von uns da, wo er steht. Und er sagt auch uns ganz klar, dass es nicht darum geht, was wir möchten, sondern dass es darum geht, was dem Kind gut tut. Er hat Spaß daran, Kindern zu helfen. Nicht nur Schwächen bearbeiten, sondern Potenziale, Stärken stärken, wie wir das Kind unterstützen. Er ist 100%ig davon überzeugt. Es ist ja immer so offen, dass es nicht seins wird, wie das Coaching gehen soll, sondern ich kann auf meine Art und Weise mit dem Kind ins Coaching gehen. Und das ist einfach, glaube ich, für jeden, der das hier mitmacht, sensationell zu erleben. Wir gehen im Endeffekt an den Weg alle gemeinsam. Wenn wir an unsere Kinder denken, gibt es eigentlich nichts mehr so. Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen.